Ey Leute, was geht? Und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video-Video! Was geht, Leute? Was geht? Mit Eifer! Leute, lasst ein Like da und lasst es, aber dann werden euch meine Videos gefallen. Das wäre mega nice, Leute! Ja, Mann! Bro, wir sind gerade aus dem Kino gekommen. Der Film war mega nice, ey! Du bist so viel zu spannend! Ja, aber der war richtig fett! So, Eifer, was machen wir jetzt? Keine Ahnung! Bro, ich hab da oben was vorbereitet. Siehst du das da oben? Hä? Hast du das bestellt? Ja, aber guck mal, wie lang und wie riesig das ist. Siehst du das? Guck mal, das lädt gar nicht richtig der Chunk bei mir. Wie sieht das richtig krass aus? Komm, warte mal, gehen wir mal in den Game 1, dass wir wieder hochfliegen können. Und dann zeige ich dir, was wir heute tun werden. Oha! Und zwar, Leute, seht ihr hier zwei Brücken? Ihr seht das hier aus, Stein. Und wir müssen praktisch eine Fallbrücke für den anderen bauen. Oh, oh! Ja, genau! Oh, und die Falle muss aber alles machbar sein. Und der andere muss über die Brücke drüber kommen. Und der, der es drüber schafft, der hat gewonnen. Das wird mega schwierig, weil die so lange einfach... Ich bin bereit! So, ich bin auch bereit, Alfa! Let's go! Let's go! Und du wirst meine Fallbrücke sicherlich nicht überleben. Meine auch nicht! Und die wirst du echt nicht schaffen, glaube ich. Hey, du doch meine auch nicht! Wirklich jetzt! Meine Brücke wird echt heftig, Leute. Ich überlege gerade mal. Warte mal! Ey, da fließe Lauerungen hier runter! Hä, fängt schon mal gut an, Alfa! Du wirst sehr viel Spaß haben, sag ich dir! Oh, oh! Leute, das wird keine normale Brücke, sondern die wird mega gemeint. Und die zu durchqueren, das wird echt... Das wird eine Tortur. So, und zack, und zack, und zack. Und das klappt auch schon. Easy peasy. Warte mal, schafft man den Sprung von hier aus schon? Und zack! Oh, das geht sogar! So, es fängt schon mal gut an mit dem Parcours hier. Aber ich glaube, ich mache den noch schwieriger. So ist der ja ein bisschen langweilig. Ist so! Hä, du siehst ihn doch gar nicht! Oh ja, ich weiß! Wir bauen den mal so ein bisschen so. Und hier ist der Lava-Parcours. Let's go! So, wie mache ich weiter? Nach Lava habe ich noch eine Idee. Und zwar, Leute, das wird mega gemeint. Meins wird mega gemeint! Hä, meins wird gemeint? Nein, Mann! Du musst meinen sehen! Ich muss deinen sehen? Oh, ich sehe schon auch einen Fließback Trout runter. Ich weiß genau, was du vorhattst. Oh oh! Und zwar, Leute, könnt ihr vielleicht schon ahnen, was da reinkommen wird. Boah, das wird fies, Mann! Und obwohl es wirklich fies, und zwar muss man die richtige Flüssigkeit hier wählen, wo man dann durchspringt. Oh, das ist durchsichtig! Man sieht das gar nicht richtig von der Seite! Oh, das wird dumm! Alter, was heißt dumm, Alfa? Du wirst sehen, Mann! Boah, ey, wenn der darauf reinfällt, Leute, der darf da einfach nicht drüber gehen. Ich hatte gerade was anderes vor, aber so wird es ja noch viel cooler. Weil es schickt dann ja voll, man sieht diese tödliche Flüssigkeit gar nicht so richtig. Nice, Mann! So, da muss einfach dann durch. Oha, du wirst meins niemals schaffen. Es wird richtig schwer. Meins wird bockschwer. Der Trick ist einfach, dass hier lächerlich sind an der Seite und man ja nicht überall durch kann. Bei mir musst du viele Challenges machen. Bei mir werden auch viele Challenges auf dich warten, Mann. Und jetzt habe ich die Idee. So, warte mal. Jetzt wollen wir erstmal hier wiesen, Leute. Und ihr denkt euch wahrscheinlich, hä, das sieht ja voll lieb und friedlich aus. Aber dieser Teil der Brücke wird es nicht innehaben. Und zwar verteilen wir jetzt hier die Fahnen rein. Dann sieht man die hohen Gras nicht so gut. So, let's go! Was redest du? Hä, was rede ich einfach? Ich weiß nicht. Ich verstehe gar nichts, was du machst. Ist aber besser so, wenn du nichts verstehst. Okay. Und dann hier die Spectroid-Felder. So, let's go! So, jetzt sind so ein kleiner Internetparcours aus Spectroid, Leute. Nein, du machst Spectroid? Ja, aber machst du auch Spectroid? Nein, mache ich gar nicht. Ich habe es aber unten bei dir gesehen, Alf. Ich weiß auch genau, was du vorhast. Nein, wirklich nicht. Das ist so gemein. Ja, ja, das ist nicht eng. Und das sind auch gemein. Ich weiß gar nicht, ob diese Flüssigkeit Schaden macht. Aber Leute, die sind hochgiftig aus. So. Wie lange brauchst du noch, Junge? Boah, ich brauche noch ganz kurz, Alf. Ich bin schon längst fertig. Klar, aber als ob du schon fertig bist. Aber ich habe ein bisschen meine Kräfte benutzt, deswegen. Was für Kräfte? Gar nicht. Und hier kommt überall die Elektro und ich meine, die Kaktusse, die kommen noch hin, so. Da ist Elektro. Oh, das muss ich auch noch machen. Das habe ich auch noch geplant. Hä? Ich weiß nicht, Alf. Wow. So, Leute, die werden jetzt überall verteilt. Let's go. Nice, die sind die überall. Und dann noch diese Traps hier, so. So, Alf, ich bin jetzt fertig. Und du? Ich auch. Let's go. Let's go. So, ich fange jetzt bei dir an, oder? Ja, komm, Junge. Guck mal deine Antwort. Das wirst du niemals schaffen. Boah, Alter, warte. Das sieht krass aus von dir aus. Deine Brücke. Okay, ich lege los, Alf. Fang an, Junge. Let's go. 3, 2, 1. Let's go. Und zack, Leute. Warte, lass doch einfach schassen. Und, Banz, Banz. Hey, nicht so schnell, Mann. Ich habe mir so Mühe gegeben. Junge, ich bin gut, Alter. Das habe ich niemals überwunden, das Hindernis. Du musst erst mal die Map genießen. Ja, dann mache ich an. Die Elektrozäune. Oha, die sind immer gut. Die sind gemein. Wie noch was? Oh, ich habe ein Chipstro. Erstmal kriege ich Essen, bitte. Ich habe Hunger. Nein. Ich renge nach ihr sonst nicht. Jetzt geht. Danke, Bro. So. Oh, da kannst du niemals durch. Da bist du richtig schaden. Oh, die kann ich am besten. Oh, nein, nein, nein. Das ist echt schwierig, Leute. Das ist voll gefährlich. Und zack, aber das ist nicht dein Ernst, oder? Pass auf, da unten ist immer ein TNT. Es wird runterfallen. Nein, das ist so ein TNT-Run, oder was? Du musst doch pass auf. Du musst richtig schnell laufen. Leute, die ganze Schule wird da an die Luft fliegen, Alter. Warte, oh. Und ich laufe, ich laufe, ich laufe. Ah, nein. Nein, ich habe es nicht gepackt. Ist das überhaupt möglich? So, warte, ich probiere es nochmal. Und letzter. Let's go. Du musst schneller laufen. Boah, das ist sogar wirklich, das ist sogar wirklich, Leute. Nicht hier bleiben. Oha. Hilfe. Bitte, 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 bitte. Und? Oh, das klingt so krass. Boah, ey, du hast mich echt damit tragen gekriegt, weil du hast mich besiegt, ey. Und ich komme zurück, let's go. Hey, ist doch voll einfach. Hey, Junge, ich wusste gerade nicht, wie es geht. Kommst du runterfallen, das ist viel zu einfach. Boah, ich lege gerade so arg mal mit dem TNT. So, jetzt aber rüber zu mir. Let's go. Let's go. So, einfach, bist du Game und Null? Ich bin bereit, ja, und im Game und Null. Okay, einfach. Boah, das jubelt einfach so easy. Ja, man sieht die Blöcke, die sind ganz einfach, hä? Was ist denn das hier? Siehst du das? Wie verschickt das ist, wie das aussieht von oben. Ich verstehe das nicht. Kann ich hier ins Wasser gehen oder nicht? Das weiß ich nicht. Oh, Leute, das sieht so gefährlich aus. Hä? Irgendwie verstehe ich das nicht, aber ich glaube, ich darf da nicht rein. Ich weiß nicht, vielleicht, dann fängst du auch besser so. Egal, ich kann eh außenrum gehen. So, kein Problem, weiter gehen. Und? Das sind ganz viele Fallen. Ich muss richtig aufpassen. Oh, du läufst aber gut, Leute. Was? Ich muss verherzen. Die sind im Gras, das steckt uns extrem auf. Spaß, die sind mega gefährlich. Noch zwei Hertz, ich muss hier so vorsichtig an. Oh, ich habe dich fast bekommen. Ich habe dich fast bekommen. Ich habe dich einmal besiegt. So, da sehe ich die Falle. Oh, ich habe dich. Komm, krass, die sind unsichtbar. Es steht 1 zu 1. Ich darf das nicht verlieren. Ich darf es einfach nicht verlieren. Oh, warte. So, hier wird es jetzt, glaube ich, wieder einfacher. Kein Problem. So, hier rüber. Zack. Der Profi hier am Werk. Was? Du musst einmal an der Seite vorbeingelaufen, du Cheater. Ja, wenn du das so baust. Hä? Aber auch so geschafft. Guck, kein Problem. So, hier komme ich auch, glaube ich, einfach durch. Einfach schnell rüber springen. Guck mal, ich kann hier sogar hoch. Und? Weil das macht eh keinen Schaden. Hey, was? Let's go. Dein Ernst? Du bist... Oha. Was? Du hast die Falle ausgelöst. Was? Du hast in die Falle rein. Du musst jetzt vorsichtig durch. Au, au, au. Und du wolltest gerade geprotzelt. Ah, guck mal, ich kann einfach wieder rechts gehen. Ja, Mann. Och, nein, du Cheater. Du hättest es besser bauen müssen, endlich. Ich hab's geschafft. So, da war aber eins, zwei, eins, Mann. Was, Leute? Was, da, oder? Wenn's nicht gefallen hat, schau mal vorbei. Link ist am Schrauben. Bis zum nächsten Video. Und ciao. Eee.